Wenn man sich verletzt hat und auf sich die Fatihah liest, gehört man dann nicht mehr zu den 70.000 Leuten, die direkt ins Paradies gehen. Was hat diese Schwester falsch verstanden? Was hat diese Schwester falsch verstanden? Bitteschön. Bei dem Hadith geht es darum, die Rukia von jemandem zu erbitten. Denn nicht, dass du, und das solltest du machen, das ist vorzüglicher, nicht, dass du selber auf dich die Rukia machst. Das ist das Richtige, dass du selber auf dich die Rukia machst und nicht die Rukia von jemandem verlangst. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.